Ich möchte einen Podcast mit meinem Windows-Laptop aufnehmen, aber dabei habe ich keine Lust auf großen Aufwand wie Audio-Interface, Mikrofone und so weiter. Kann ich nicht einfach nur zwei USB-Mikrofone an meinen Windows-PC anschließen und die dann in einer DAW aufnehmen? Berechtigte Frage, die ich aber aktuell nur mit einem ganz klaren Jein beantworten kann. Das heißt, ja, du kannst zwei USB-Mikrofone gleichzeitig am Windows-PC anschließen und nein, so ohne weiteres kannst du das nicht in einer DAW aufnehmen. Anscheinend hat Rode aber genau dieses Problem unter Windows auch erkannt und sich dessen in Form einer eigenen Software angenommen. Und so viel darf ich dir jetzt schon verraten. Du kannst damit sogar mehr als zwei USB-Mikrofone an einem Windows-Rechner aufnehmen, sofern sie von Rode sind. Ob es tatsächlich geht und auch vor allem, was nicht geht, das verrate ich dir in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Advent-Kalender. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, zu einem weiteren Video im Recording-Blog-Adventskalender und zwei USB-Mikrofone an einem Rechner aufzunehmen. Ich glaube, es gibt kein Anwendungsfeld, das die beiden Plattformen Windows und Mac deutlicher voneinander trennen könnte. Dann sagen wir mal ehrlich, während du am Mac seit Jahr und Tag unterschiedlichste Audio-Hardware verbinden und gleichzeitig in der DAW nutzen kannst, scheitert Windows schon an der Banalität, zwei USB-Mikrofone gleichzeitig aufzunehmen. Wo gibt's denn sowas? Es soll über verschiedene Verrenkungen mit Zusatzsoftware gehen, aber sagen wir mal ehrlich, wenn man mal eben zwei Mikros für einen Podcast aufnehmen möchte, dann hat man doch keine große Lust auf eine wackelige Bastellösung, die du nur mit abgeschlossenem Informatikstudium in Betrieb nehmen kannst. Wo kommen wir denn dahin? Mit anderen Worten, Mikros einstecken, Software starten und auf Aufnahme drücken. Das muss das Ziel sein. Und das soll jetzt mit einigen Mikrofonen von Rode gehen. Alles, was du dazu neben den Mikrofonen benötigst, ist halt die kostenlose Rode Connect Software und eben mindestens zwei Mikrofone, die das Ganze dann auch unterstützen. Aktuell sind das, soweit ich weiß, hier das Rode NT-USB Mini. Bitte nicht verwechseln mit dem NT-USB, mit dem großen. Damit geht's nicht, das habe ich nämlich schon ausprobiert. Dann das Wireless Go 2, das wir neulich mal im Test hatten und das VideoMic NTG soll noch gehen und das Mini Audio Interface, was es von Rode gibt, das Rode AI Mic. Damit kannst du dann solche Headsets zum Beispiel in den Rechner kriegen. Wir schalten jetzt aber mal rüber zu meinem Windows Rechner und schauen mal, ob man tatsächlich so einfach wie versprochen zwei USB Mini mit der Software gleichzeitig aufnehmen kann. Ob wir vielleicht noch ein Wireless Go 2 dazu stecken können und ob man das Ganze dann auch noch in einer DAW bearbeiten kann. Das Ganze drüben in der Session und los geht's. So, da sind wir schon auf meinem Windows Rechner, den ich ja normalerweise für Audiobearbeitung eher nicht benutze. Aber heute, um der Frage mal auf den Grund zu gehen, ob es denn tatsächlich geht mit den zwei USB Mikrofonen, habe ich mich entschieden, den einfach mal jetzt hier so umzurüsten, dass ich hier trotzdem sitzen kann und den Windows Rechner bedienen kann. Und falls du dich fragen solltest, wie ich denn hier zu diesen zwei NT-USB Mini gekommen sein sollte, die habe ich von Rode direkt zugeschickt bekommen. Ich habe mit denen gesprochen über die Möglichkeit, dass es eigentlich keinen Weg gibt, zwei USB Mikrofone an einen Windows Rechner zu kriegen. Und da haben die gesagt, nee doch, die gibt's doch bei uns, gibt's eine Möglichkeit. Wir schicken dir mal ein Set zu und dann kannst du das ja mal testen und wenn du magst, kannst du es ja zeigen in deinem Kanal. Das mache ich jetzt hiermit. Und Rode hat aber dementsprechend keinen Einfluss auf das, was ich hier sage. Es ist also wie immer komplett unbeeinflusst. Das, was du hier siehst, das kommt aus meinem Mund direkt raus, ist das, was ich direkt erlebe. Und danach schicke ich die beiden Mikros auch wieder zurück. Die Wireless-Go-Strecke habe ich mir selber gekauft und das NT-USB, was du gerade kurz im Bild gesehen hast, ist auch mein persönliches Eigentum. Dementsprechend hier komplett unbeeinflusst. Das aber nur als Disclaimer, so ist das richtige Wort, als Disclaimer vorneweg. Jetzt wollen wir aber mal schauen. Die Rode Connect Software habe ich jetzt hier mal aufgerufen, zumindest die Seite. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und hier kann man jetzt mit einem Klick auf Download Now die Software runterladen. Hier gibst du dann deine Plattform ein, entweder Mac OS oder für Windows. Wir sind auf Windows, also nehmen wir Windows, geben hier eine E-Mail-Adresse ein und dann kannst du hier auf Download klicken. Und dann findest du da auch schon deinen Download. Schließen wir mal. Ich habe den Download schon abgeschlossen und gucken jetzt mal hier in den Ordner, der dann da reinkommt. Bei Download Ordner, da findest du dann das Rode Connect Installer für Windows, also das Installationsprogramm. Das ist allerdings noch gepackt, deswegen solltest du das erstmal entpacken. Ich klicke da meistens mit der rechten Maustaste drauf, drücke dann Extract All. Dann geht noch ein Dialog los, wo das hin passieren soll und zack geht ein Ordner auf, wo ich dann mein Installationspaket sehen kann. Einmal reinklicken und schon Rode Connect 1.3.4 für Windows. Das wird dann installiert, das habe ich aber schon gemacht, deswegen erspare ich dir jetzt mal diese Prozedur. Und wir sehen dann, dass hier der Rode Connect, das Icon direkt auf dem Desktop hinterlegt wird. Und das können wir ja mal jetzt doppelt anklicken, würde ich sagen. Klicken wir einfach mal doppelt drauf, mal gucken, was passiert. Hier wird man direkt begrüßt. Willkommen bei Rode Connect. Bevor Sie beginnen, schließen Sie bitte alle Audiogeräte an, die Sie mit Rode Connect verwenden möchten. Dann machen wir das doch mal. Ich habe hier alles parat gelegt. Ich habe hier einen Dreifach-USB-Hub, wo ich drei verschiedene USB-Geräte anschließen kann. Nehmen wir mal unsere Nummer 1 hier und schließen das erste Mikrofon an. Passiert schon was? Ja, leuchtet schon. Dann das zweite Mikrofon. Und mit dem Wireless Go gucken wir dann gleich mal, ob wir das dann noch dazu geschaltet kriegen. Also erstmal die beiden Mikrofone hier ran. So. Leuchtet auch. Und dann starten wir mal. Okay, bitte fügen Sie die Mikrofone hinzu, indem Sie sich auf den gewünschten Platz ziehen. Machen wir mal. Ziehen wir das eine hier hin, das zweite hier hin. Weitere Mikrofone haben wir ja nicht. Dann weiter. Fügen Sie bitte virtuelle Kanäle hinzu, indem Sie auf den gewünschten Platz ziehen. Das ist, glaube ich, damit man auch externe Quellen reinbekommen kann ins Programm. Also was weiß ich, andere Programme, andere Systeme zum Beispiel. Komm, machen wir mal. Wir ziehen einfach mal die beiden virtuellen hier auch rein. Kann nichts kaputt gehen. Und dann machen wir auf weiter. Und fertig. Okay. Klicken wir auf Fertigstellen. Zack. Oh, da sind wir ja schon. Wir haben schon Ausschlag. Mal gucken hier kurz. One, two, one, two. Okay, wenn man zu nah rangeht, dann. Eins, zwei, eins, zwei. Dann ist es wahrscheinlich doch ein bisschen lauter. Können wir mal hier auf Mikrofon klicken. Okay, da kann man den Pegel einstellen und noch einiges anderes. Drehen wir den mal runter. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Hey. Sollte reichen. Also Pegel 13. Machen wir bei dem zweiten Mikrofon auch mal. Mal, dass wir hier 13 eingeben. Klickorgie. Und darunter kann man noch Noisegate aktivieren. Einen Kompressor. Auch schon mal sehr praktisch, wenn man einen Kompressor direkt eingestellt hat. Auch wenn man, kann man aber nur aktivieren. Das heißt, man hat keinen Einfluss auf die einzelnen, auf die einzelnen Parameter. Dann noch einen Exciter und einen Big Bottom. Das ist wahrscheinlich, das soll wahrscheinlich den Nahbesprechungseffekt ein bisschen nachempfinden. Okay, das lassen wir einfach mal alles an. Und jetzt müssten wir im Prinzip ja schon eine Aufnahme machen können. Wie macht man eine Aufnahme? Wahrscheinlich hier auf Rack. Aber wir gucken mal, wir gucken mal kurz auf die Einstellung noch drauf. Voreinstellung. Hier kann man auswählen. Monitorausgänge. Kein Ausgang gewählt. Da kann man jetzt noch einen anderen Monitorausgang wählen, wenn man noch ein anderes Audiointerface dran hat. Ich habe meins jetzt mal abgelassen, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Dann nehmen wir Mikrofone, Monitor Mix. Mikrofone eingeschlossen. Das heißt wahrscheinlich, dass wir die Mikrofone dann auch hier drüber hören können. Dann Stereoaufnahme. Mehrkanalig. Okay, mehrkanalig bedeutet dann wahrscheinlich, dass man die Stimmen eben nicht in einem Stereofeil übereinander gemischt gleichzeitig hört, sondern mehrkanalig, dass jede einzelne Stimme einzeln aufgenommen wird und dann auch später nachbearbeitet werden kann. Okay, mehrkanalig. Latenz. Niedrig. Kann man wahrscheinlich ultra niedrig. Okay, alles klar. Lassen wir mal auf niedrig, damit wir keine Aussetzer bekommen bei der Aufnahme. Erscheinungsbild automatisch. Sprache Deutsch. Lassen wir mal so. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Aufnahme. Aufnahme läuft. Okay. Dies ist das Mikrofon 1. Dies ist das Mikrofon 2. Aufnahme stopp. Okay, hier ist das Mikrofon angezeigt, darunter eine Liste. Da sind die Aufnahmen. Okay, mehr Aufnahme, mehrkanalig. Okay, da kann man. Gut, da sehen wir unsere Aufnahme. Was können wir machen? Wir können hier, glaube ich, auf Export klicken. Okay. Können wir einen Namen geben. Aufnahme 1 lassen wir mal stehen. Plattform. Okay, da kann man das vielleicht exportieren, direkt zu Soundcloud und so weiter. Das lassen wir mal. Dann Wavefile, 48 Kilohertz. Und was ist da drunter noch? Da kann man noch eine Ziellautheit noch eingeben. Auch praktisch. Wenn du es direkt für minus 14 LOFS haben willst, deine Aufnahme, kannst du sie fertig exportieren. Hast du direkt fertig für den richtigen Level für YouTube. Also drücken wir mal Exportieren. Was passiert? Wir sollen einen Ordner angeben, wohin wir exportieren. Machen wir mal einen Ordner hier auf unseren Desktop. Den nennen wir Rode Aufnahmen. So. Okay, doppelklicken. Und dann Select Folder. So, damit müsste der Export ja schon geklappt haben. Ich stelle mal wieder auf die Ansicht hier von unserem Mikrofon. Gucken wir mal im Ordner nach, was da ist. Aufnahme 1. Okay, da sind Mikrofon 1 und Mikrofon 2. Er hat noch einen Geräuschekanal anscheinend auf, wo man noch Geräusche machen kann mit dem Programm. Das ist, glaube ich, heute geht es ja nur um Aufnahmen. Wir wollen nur über Aufnahmen sprechen. Stereomix. Da kann man den fertigen Mix von beiden Mikrofonen wahrscheinlich reinziehen. System und virtuelle Eingänge. Das sind die separaten Eingänge, die wir gerade angelegt haben. Okay, wir nehmen aber mal nur Mikro 1 und Mikro 2. Und gucken mal, dass wir die hier mal in eine Studio One Session reingezogen kriegen, die ich hier vorbereitet habe. Ziehen wir die mal rein hier einfach. Kurz mal gucken. Wir wollten ja gucken, ob man es nachbearbeiten kann. Und siehe da. Super. Da sind unsere beiden Dateien. Und die könnten wir jetzt ganz normal weiter bearbeiten. Und zwar separat voneinander. Mit anderen Worten, check. Man kann zwei USB-Mikrofone aufnehmen und man kann sie auch nachbearbeiten. Mal gucken, ob ich sie auch abhören kann. Ich habe meinen Kopfhörer hier vorbereitet. Mal gucken, ob man sie in Studio One auch abhören kann, während ich das Rode Connect dran habe. Ich stecke das mal hier auf den Ausgang vom Mikrofon 1. Mal gucken, ob ich was höre. Dies ist das Mikrofon 1. Tatsächlich. Dies ist das Mikrofon 2. Okay. Also, ich muss mal kurz gucken, was hier bei den Einstellungen gewesen ist. Option, was habe ich eingestellt? Audio Device ist Windows Audio. Mal das Control Panel öffnen. Und dann hier Playback Device, also Wiedergabe. Speakers. Speakers Connect ist hier aktiviert. Okay. Das heißt, darüber wird dann auch quasi direkt der Ausgang hier von unserem Studio One gewählt. Und ich könnte das jetzt hier ganz normal nachbearbeiten. Ausgang 2 war ja ein kleines bisschen leiser. Gucken wir mal, dass wir es hier ein bisschen lauter ziehen. Und jetzt hören. Dies ist das Mikrofon 2. Super. Könnte man einen Kompressor draufpacken. Machen wir mal direkt. Hier oben. Kompressor. Zack. Da ist der Kompressor. Ratio 4 zu 1. Gucken. Abspielen. Dies ist das Mikrofon 2. Bestens. Also, mit anderen Worten. Wir können hier auf jeden Fall direkt auch nachbearbeiten in Studio One. Die Aufnahme, die wir als mehrkanalige Aufnahme gemacht haben. Also, check. Wir haben zwei USB-Mikrofone angeschlossen. Wir haben zwei USB-Mikrofone aufgenommen. Ich würde sagen, wir gucken nochmal eben kurz, ob wir mit unserer Rode Central App, ob wir da dann auch ganz easy das zweite Paar noch anschließen können. Nämlich das Wireless Go hier. Dann hätten wir nämlich insgesamt vier Quellen. Können wir mal gucken. Ich habe hier noch ein Kabel vorbereitet. Gucken, ob das auch so einfach ist, dass man das reinbekommt ins Programm. Komm, also, Kabelsalat hier so langsam. Also, Kabelsalat an. Funkstrecke an. Okay, startet. Ist an. Und anschließen. Dann machen wir die beiden Funkstrecken auch noch eben an. Ach, guck mal, da wird schon was angezeigt auf dem Bildschirm. Okay, beide Funkstrecken sind auch an. Legen wir die mal hier hin. Hier hin. Okay, jetzt können wir hier Mikrofone anscheinend schon zufügen. Sehr gut. Guck mal. Okay, weiter. Fertigstellen. Und? Können wir was hören? Ja, tatsächlich. Eins, zwei. Eins, zwei. Bestes Bild. Okay, alles klar. Also, wir könnten tatsächlich vier Quellen jetzt hier mit aufzeichnen. Ich befürchte aber, wenn wir, wenn du jetzt nur das Wireless Go 2 hättest, dass du wahrscheinlich dann auch dir den Umweg über die Road Central App sparen könntest. Also, ich meine, ja, also kannst du auf jeden Fall vier Leute damit aufnehmen. Wenn du jetzt kein Wireless Go hättest, könntest du auf jeden Fall mit diesen beiden Mikrofonen toppen Podcast aufzeichnen, vielleicht auch Musik, aber Musik fällt mir auch nicht wirklich an. Du kannst ja, du hast ja kein Timing, kein gar nichts. Da kannst du also maximal Musik, kannst du vielleicht einen Singer-Songwriter mit aufnehmen oder sonst was irgendwie. Aber, okay, komm, wir machen mal kurz die Central App aus und gucken mal, ob wir das Wireless Go mit seinen zwei Ausgabekanälen, ob wir das im Studio One auch als Eingabequelle wählen können. Wir machen mal die beiden Kanäle hier weg, die hier gerade angelegt wurden und machen mal einen neuen Kanal und gehen mal kurz in die Einstellungen hier rein, Optionen, Windows Audio Control Panel wählen und vielleicht können wir hier als Eingabequelle auch das Wireless Go alleine wählen. Desktop Microphone 2 Wireless Go RX. Wählen wir das mal. Okay, close. Okay, noch einen zweiten Kanal hinzufügen. Okay, Eingabe, hier ist der Eingang links und dann nehmen wir hier den Eingang rechts und dann schalten wir den mal scharf. Mal gucken. 1, 2, 1, 2, das ist das linke. 1, 2, 1, 2, das ist das rechte. Du siehst also, mit einem Wireless Go 2 könntest du den Umweg vielleicht auch sparen. Wenn dir das völlig ausreicht. Aber, ja, Machbarkeitsstudie haben wir auf jeden Fall einen Haken dran. USB-Mikrofone reingekriegt, aufgenommen und zum Abmischen nachträglich gemacht. Falls du noch mehr mit deiner Software machen möchtest, kannst du dir vielleicht nochmal ein anderes Video angucken. Ich habe mir vorher auch schon ein Video angeguckt, wo man grob sehen konnte, was die Connect Software alles kann. Kann ich dir mal hier oben verlinken. Ist ein Video von Nilsson1489 und da kannst du mal reingucken. Der erklärt nämlich auch unter anderem, wie du mit der Connect Software dann noch weitere Sachen machen kannst. Unter anderem zum Beispiel OBS oder sonst was irgendwie anfüttert. Aber wir gehen nochmal rüber für ein kleines Fazit und checken nochmal kurz, was jetzt übrig bleibt vom Fest. Also, los geht's. Wenn du damit klarkommst, dass du erstmal in Rode Connect aufnimmst, um diese Aufnahmen dann bei Bedarf vielleicht später in einer DRW wie Studio One zum Beispiel weiter zu bearbeiten, dann ist die Rode Connect-Lösung tatsächlich Plug & Play. Einfach zwei oder mehr Mikros einstecken, Software starten, Aufnahme drücken und schon geht's los. Das gilt aber, wenn du mich fragst, wirklich nur für die Anwendungen wie zum Beispiel Podcasts oder Interviews. Zum Musik machen taucht diese Lösung definitiv nicht. Aber ehrlich gesagt ist sie dafür ja auch nicht gemacht. Ich meine, klar kannst du mit zwei NT-USB Mini einen Singer-Songwriter mit Gitarre und Gesang zum Beispiel aufnehmen, aber mehr geht dann da tatsächlich nicht. Wenn es darum geht, zwei Stimmen direkt in der DRW aufzuzeichnen, dann würde ich persönlich tatsächlich eher zum Wireless Go 2 tendieren oder zum AIC Mic Interface, denn damit kannst du direkt ohne Umweg über das Rode Connect zweigetrennte Stimmen über Ansteckmikrofone oder über so ein Headset direkt in der DRW aufnehmen. Wenn du aber den Sound von größeren Mikrofonen magst, dann ist Rode Connect ein unkomplizierter Recorder, der dir auch für die Nachbearbeitung alle Türen offen lässt. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein kleines bisschen weitergeholfen, auch wenn es ein bisschen rodelastig war. Und wenn es dir gefallen sollte, dann zeig es mir einfach über den Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, weiß schon, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir sehen uns ja dann morgen auch wieder in einem weiteren Video vom Recording-Blog Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassu!